Hi zusammen, willkommen hier auf UnboxVision. Mein Name ist Murat. Ich sitze gerade hier im Studio und deswegen wieder eine ganz andere Perspektive. Das alles ist leider noch nicht fertig. Ich habe jetzt hier ein bisschen Beleuchtung und ich hoffe, das passt so. Dieses Video ist hier total random, das heißt, ich sitze hier einfach vor der Kamera und lege halt einfach los. Ich habe halt einfach keine Zeit, irgendwie Vorbereitungen zu machen oder sonst irgendetwas. Wir sprechen heute über das Vivo X100 Pro seit mehr als vier Wochen dem Test beziehungsweise immer wieder mal als Daily Driver. Und ja, heute möchte ich euch erzählen, warum dieses Smartphone wirklich ein Smartphone ist, worauf sich wirklich viele freuen werden. Aber ich persönlich zum Beispiel ist immer so eine Mischung. Das heißt, ich liebe es irgendwo, aber irgendwo ist es bei mir doch nicht so ganz angekommen. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, viele Hersteller draußen können sich wirklich warm anziehen. Wir haben hier ein System mit sehr wenig Nachteilen, vor allem als Importgerät, aber später dazu gleich mehr. Viel Spaß! Ja, das Vivo X100 Pro könnt ihr natürlich direkt über Trading Shenzhen kaufen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ab 800 Euro geht es los, je nachdem, welches Modell ihr auswählt, welche Speichervariante. Manchmal ist es sogar weniger. Ihr müsst auf jeden Fall mal schauen. Ist auf jeden Fall ein Importgerät mit wirklich sehr wenig Nachteilen. Dazu aber später mehr. Und natürlich nicht zu vergessen, wir haben hier sogar die deutsche Sprache drauf. Dazu dann aber auch später mehr. Ja, fangen wir doch einfach mal mit der Verarbeitung an. Schauen wir uns einfach allgemein das Vivo X100 Pro an. Es ist wirklich, ihr Lieben, die Nummer 1, was Verarbeitung angeht. Also es gibt ja viele Hersteller draußen, die wirklich super Smartphones bauen. Sprich Xiaomi, Apple, Samsung und so weiter. Da kann man echt nichts sagen. Aber Vivo hat sich hier nochmal selbst übertroffen. Also ich versuche hier die ganze Zeit etwas zu finden, wo ich sagen kann, das passt mir nicht. Aber nein, hier passt wirklich alles. Also auch die Rückseite und die Vorderseite Richtung Alu-Rahmen. Das ist wirklich 1A. Also da gibt es nicht mal einen Bereich, wo ich sagen kann, das ist kratzig und fühlt sich nicht so gut an. Vielleicht, wenn man vielleicht wirklich sehr penibel ist, so minimal. Aber sonst überhaupt nicht. Ja, also auch hier irgendwie Spalten, Öffnungen und so weiter. Nein, überhaupt nicht. Also wirklich sehr gut verarbeitet. Auch die Tasten hier, die Lautstärke-Tasten und der Power-Button an sich. Wirklich überhaupt nicht mal Millimeter oder sonst irgendetwas an Wackeln oder sonst irgendetwas. Hier klappt wirklich alles. Und der Druckpunkt passt auch hier super. Also wirklich Vivo top. Es fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Auch wenn man das Smartphone gerade so bedient, fühlt sich das auch sehr gut an. Es wiegt gerade mal 221 Gramm. Also nicht sehr leicht, aber auch nicht ganz so schwer. Aber es ist halt auch eben kein kleines Smartphone, sondern es ist schon ein großes Smartphone hier, was wir hier haben. Natürlich auch hier die Kamera, die sticht auch nochmal sehr weit heraus. Auch nochmal, wenn man hier schaut, wirklich sehr, sehr viel. Aber sie bietet aber auch einiges. Aber dazu dann aber auch gleich mehr. Ja, ansonsten wirklich sehr gut. Es fühlt sich sehr gut an. Ich komme wirklich sehr gut damit zurecht. Ich habe ja auch große Hände. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und auch allgemein, wie es sich anfühlt und so weiter, auch super. Es gibt natürlich in mehreren Farben. Wir haben hier einmal die schwarze Variante, die weiße Variante und die blaue Variante. Und ich habe jetzt hier die orangene Variante. Vivo selbst sagt Kunstleder meiner Meinung nach überhaupt nicht. Also Kunstleder ist es auf jeden Fall nicht, meiner Meinung nach. Es ist so ein kunststoffartiges, ja, gummiertes, beziehungsweise eine gummierte Rückseite, die auch leicht geriffelt ist. Es fühlt sich aber sehr hochwertig an, sehr, sehr gut an auf jeden Fall. Ja, wir haben hier hinten nochmal so einen Vivo-Schriftzug. Und dann haben wir noch so einen kleinen Schriftzug wie Extreme Imagination mit Vivo Zeiss Kooperation und so weiter. Wirklich sehr schönes Smartphone. Fühlt sich sehr gut an. Und die Farbe, finde ich, passt jetzt nicht zu jedem Hersteller oder zu jedem Smartphone an sich. Aber hier hat Vivo wirklich das Passende gefunden. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Dann schauen wir uns natürlich direkt einmal das Display an. Wir haben hier ein 6,78 Zoll großes OLED-Display mit WQHD-Auflösung, LTPO-Technik, sprich 1 bis 120 Hertz. HDR ist an Bord. Und eine Spitzenhelligkeit bis zu 3000 Netz. Das ist echt wirklich fantastisch. Also Display ist wirklich 1A. Also die Farben sind klasse. Und hier kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Also wenn jemand ein Smartphone sucht mit wirklich einem richtig guten Display, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Wirklich tolle Farben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben hier vorne noch eine Frontkamera mit 32 Megapixel. Mit einer Blende von f2.0. Die Kamera ist wirklich solide. Also sprich, wenn ihr Portrait-Aufnahmen macht, habt ihr wirklich gute Bilder. Es gibt natürlich noch bessere Frontkameras. Sprich jetzt wie zum Beispiel ein Samsung Galaxy S23 Ultra oder ein S24 Ultra. Aber das hier ist auch auf jeden Fall eine Kamera, die ihr auf jeden Fall nutzen könnt. Videobereich sieht halt ein bisschen mau aus. Also mit der Frontkamera. Wir haben jetzt hier nur Full HD mit bis zu 60 FPS. 4K ist nicht möglich. Da ist Xiaomi mit dem 14 Pro und Pixel mit dem 8 Pro natürlich weit vorne. Hier haben wir es leider nicht. Ja, schauen wir uns natürlich einmal die Kameras an, beziehungsweise Hauptkamera. Wir haben hier wirklich drei Kameras mit 50 Megapixel. Wir haben den Sony IMX 989 mit einer Blende von f1.75. Ich hoffe, ich sage das alles richtig, denn wie gesagt, ich habe jetzt hier nichts zum Aufschreiben, sondern ich rede jetzt hier einfach los. Und wir haben hier eine 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und zwar die altbekannte Samsung JN1 Sensor. Also die ist wirklich sehr, sehr alt. Die ist schon mindestens drei, wenn nicht sogar fast vier Jahre alt. Aber sie ist immer noch die Nummer eins meiner Meinung nach im Ultraweitwinkelbereich. Aber nicht zu vergessen, wir haben hier auch einen Vivo V3 Chip. Der ist so ähnlich wie von Oppo der Mary Silicon X. Und mit dem V3 Chip nochmal in Kombination sehen die Bilder nochmal viel, viel besser aus. Also wirklich, also der JN1, der performt wirklich hier richtig gut. Und wir haben noch eine 50 Megapixel Super-Telekamera. Zeiss Apo nennt sich das Ganze von Zeiss entwickelt quasi. Ist auch noch verbaut. Ja, schauen wir uns einfach mal die Kamera an. Ich war draußen und habe damit wirklich sehr viel fotografiert. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist wirklich, ja, die beste Kamera, die ich in einem Smartphone getestet habe. Das ist jetzt sehr weit ausgeholt. Ich weiß, jetzt fragt ihr euch natürlich, Murat, es gibt noch ein Samsung Galaxy S23 Ultra, ein S23 Ultra, es gibt noch das iPhone 15 Pro, Pro Max und sprich noch alle anderen Smartphones wie das Pixel 8 Pro. Ich weiß, ihr Lieben, aber dieses Smartphone hier, genau das hier, das übertrifft wirklich alles. Bei der Fotografie sieht es genauso aus, denn viele Smartphones da draußen, ob das jetzt nur 300 Euro kostet, 400, 500, 600 Euro im Preisbereich ist, das sind wirklich alle gute, solide Kameras. Es ist letztendlich wirklich nur noch Geschmackssache und natürlich schaut man und man vergleicht, ah, ein bisschen mehr Schärfe da, mehr realistische Farben. Ja, der Zoom ist klasse, Ultraweiß ist klasse, weil man hat kein Rauschen oder sonst irgendetwas. Das auf so Sachen achtet man ja. Dementsprechend gibt man ja Punkte oder beziehungsweise sagt, ja, die Kamera ist solide, meiner Meinung nach. Und ich kann hier nur sagen, die Kamera ist wirklich klasse. Also, wenn ich nach Schwächen suchen müsste, müsste ich wirklich haargenau gucken. Sprich, ich müsste jetzt wirklich viele Smartphones nehmen und vergleichen und ich habe sie auch fast alle hier und ich vergleiche sie auch immer wieder mal und ich finde halt immer noch, dass Vivo hier wirklich eine saubere Arbeit leistet. Allein auch der JN1 Sensor im Ultraweitwinkelbereich, wirklich so eine schöne Performance, also wirklich so klar die Bilder und das macht halt einfach Spaß. Und allgemein der IMX 989 Sensor hier, der performt so richtig und der V3 Chip sorgt auch nochmal wirklich. Das heißt, wenn man fotografiert, fängt das auf einmal an, im Hintergrund natürlich den V3 einzusetzen, so dass die Farben einfach ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Aber es sind realistische Farben. Es ist nicht so stark irgendwie einfach irgendwie Farben draufgeklatscht, um halt einfach mehr Sättigung zu bekommen und sonst irgendetwas zu bekommen, so wie beim OPPO zum Beispiel. So ist es beim Vivo natürlich nochmal ganz anders. Sie gehen wirklich auf die Schärfe, sodass das wirklich performt quasi, sodass das quasi einfach einen zum Erstaunen bringt. Wo man einfach sagen kann, boah krass, also die Farben sind wirklich sehr realistisch. Ich kenne das jetzt nur von Sony, wenn es wirklich um realistische Farben geht, ist Sony meiner Meinung nach die Nummer 1 und das Vivo kommt wirklich sehr, sehr nah dran an Sony. Also wirklich klasse. Der Zoom ist wirklich klasse, wirklich hervorragend. Also sprich, wenn man wirklich auch digital zoomt, sind die Bilder wirklich sehr brauchbar. Ob man es am Ende braucht, ist natürlich immer so eine Sache. Für mich ist sie auf jeden Fall klasse. Und natürlich auch die Kooperation mit Zeiss dazu und so weiter. Und das sieht man, das spürt man auch zum Beispiel im Zoom-Bereich. Der vierfache Zoom zum Beispiel wirklich klasse. Also ich habe da echt wirklich nichts zu meckern. Im Videobereich haben wir natürlich auch hier 8K 30fps. Aber ja, ist Spielerei. Aber ja, sie ist da auf jeden Fall. Ansonsten allgemein, Videoqualität ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich finde, so ein iPhone ist immer noch ganz, ganz weit vorne. Und auch ein Galaxy. Aber ist auf jeden Fall ganz nett. Jetzt habe ich natürlich die Kamera sehr hoch gepusht. Und ich habe euch ja auch Bilder einblenden lassen. Ihr habt sie auch alle gesehen. Aber wie sieht es mit Performance aus? Wir haben jetzt hier kein Snapdragon 8 Gen 3. Sondern wir haben hier einen Mediatek-Prozessor, der Dimensity 9300. Und ich kann euch sagen, im Alltag ist das Ding einfach nur ein Beast. Wenn ich das so mit meinem Xiaomi 14 Pro Snapdragon 8 Gen 3 vergleiche, ist der hier sogar schneller. Nur muss ich da jetzt aufpassen. Denn auf dem Xiaomi 14 Pro habe ich eine Beta-Version von Xiaomi.eu-ROM. Wo ich das Ganze quasi geflasht habe, um halt die deutsche Sprache zu bekommen. Aber sie ist sehr stabil, was das angeht. Ich finde, der Dimensity performt auf jeden Fall hier besser. Aber mit Vorsicht. Wenn ich einen wirklichen finalen ROM drauf habe, dann sieht die Sache vielleicht wieder ganz anders aus. Also das Ding hier performt wirklich super. Also ich habe jetzt hier ein Modell 12 GB RAM mit 250 GB Speicher. Ihr könnt bei Trading Stand Zen auf jeden Fall vorbeischauen. Es gibt noch andere Speichervarianten und wirklich im Alltag Performance. Da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen, ob das auch Spielen, Zocken ist. Egal, was ihr machen wollt. Ihr könnt mit dem Ding alles machen. Kommen wir auch direkt zur Software. Hier läuft nicht Funtouch OS, sondern Origin OS. Im europäischen Markt wird quasi Vivo verkauft mit Funtouch OS. In Asien kommt das Ganze mit Origin OS. Nun, ein Nachteil für uns, eigentlich eher nur ein Vorteil. Denn Origin OS ist auf jeden Fall viel besser als Funtouch OS, weil sie einfach sehr, sehr viel mit sich bringt. Also ich vergleiche Origin OS sehr viel mit Nothing OS, wo man wirklich sehr viel Spielerei hat, wo man wirklich sehr viel machen kann. Sprich wie zum Beispiel das Mood Cube, in dem ihr die Icons ändern könnt. Ihr könnt die Schriftart ändern. Ihr könnt den Hintergrund ändern, das wirklich sehr, sehr flüssig läuft. Es gibt keine Ladezeiten oder sonst irgendetwas. Und man kann hier wirklich sehr viel einstellen. Und das gefällt mir sehr gut. Aber auch hier das Kontrollzentrum an sich wirklich sehr schön gemacht. Wirklich sehr detailliert vor allem. Und nicht zu vergessen ist, wir haben hier sogar die deutsche Sprache. Sprich, wenn ihr euch das Gerät jetzt hier kauft über Trending und Zen, habt ihr die deutsche Sprache, ihr Lieben. Das heißt, ihr habt jetzt nicht das Problem wie bei Oppo oder sprich bei allen anderen Smartphones wie bei Xiaomi, dass ihr jetzt nur Englisch oder halt Chinesisch habt. Sondern hier habt ihr auch die deutsche Sprache und auch die Übersetzung und so weiter. Hier ist wirklich klasse. Also ich habe jetzt hier nichts gemerkt, wo ich sagen kann, hört sich komisch an oder liest sich komisch. Überhaupt nicht. Wir haben hier Origin OS 4. Und Updates, meine Güte. Ich habe das Smartphone jetzt mehr als vier Wochen und in dem Zeitraum habe ich schon wahrscheinlich sieben Updates bekommen. Und jedes Mal wurde etwas verbessert, sei es Kameras oder sonst irgendetwas. Also wirklich klasse. Und wir haben hier natürlich Android 14 am Start. Ganz klar, das Ding läuft hier mit Android 14, Origin OS 4. Ja, also die Software ist wirklich klasse, aber auch Performance, also sprich Software und Prozessor, die harmonieren wirklich super. Und ihr kauft euch quasi ein Smartphone mit wirklich kaum Schwächen. Naja, eine Schwäche hat es auf jeden Fall und zwar kein LTE Band 20. Also wenn ihr außerhalb der Stadt wohnt, dann könntet ihr Probleme haben. Aber ansonsten, ich persönlich habe jetzt hier so kein Problem. Aber auch alle 5G-Bänder sind am Start. Also wirklich ein kleiner Nachteil. Also kein Band 20. Müsst ihr auf jeden Fall mal schauen. Also für mich ist es auf jeden Fall kein Thema. Was die Akkulaufzeit angeht, braucht ihr euch auch keine Gedanken zu machen. Ich habe hier ein Screen-Down-Time von knapp sieben Stunden, denn der Akku an sich ist auch ziemlich groß. Wir haben hier eine Akkugröße von 5400 mAh. Ansonsten habt ihr Wireless Charging, Reverse Wireless Charging und ihr habt auch noch einen 100 Watt Charger, der im Lieferumfang dabei ist. Also da braucht ihr euch wirklich keine Gedanken zu machen. Ansonsten, WiFi 7 ist an Bord. Wir haben hier eine IP-Zertifizierung, IP68 und Bluetooth 5.4 ist auch am Start. NFC ist natürlich auch an Bord. Zu guter Letzt auch Entsperrmöglichkeiten wie Fingerabdrucksensor unter dem Display und Gesichtsentsperrung habt ihr auch. Fingerabdrucksensor ist wirklich sehr, sehr schnell, aber ist sehr weit unten platziert. Was natürlich jetzt ja nicht so schön ist, aber sie ist auf jeden Fall zuverlässig. Fazit. Ein Smartphone mit kaum Schwächen. Das ist das Vivo X100 Pro. Wenn ihr euch das kaufen solltet, wirklich, ihr habt halt nur kein Band 20, kein Android Auto. So Sachen fehlen halt nun mal. Aber ihr habt die deutsche Sprache. Ihr habt die beste Kamera. Zu der Kamera muss ich vielleicht noch was sagen. Die UI an sich von der Kamera ist wirklich sehr überfüllt. Und mit meinen 36 Jahren bin ich dann wirklich schon sehr überfordert, weil es halt einfach so viel ist. Man muss wirklich sehr viele Dinge beachten. Man muss sich erstmal zurechtfinden. Auch Geschichten wie mit Astro-Modus und so weiter wirklich spitze. Aber ja, es ist wirklich sehr, sehr draufgeklatscht. Da muss auf jeden Fall Vivo dran arbeiten, irgendwie die Sache etwas schöner zu machen. Aber ja, und ihr habt hier ein Smartphone mit einem richtig geilen Display. Und natürlich auch Wireless Charging, Reverse, Wireless Charging. Wir haben hier Stereo-Lautsprecher. Also wirklich ein Smartphone, was wirklich klasse ist. Für mich persönlich muss ich aber sagen, nach so vielen Wochen, dass das Smartphone mich trotzdem irgendwo nicht abgeholt hat. Versteht mich nicht falsch. Ich habe hier das Smartphone jetzt wirklich sehr gelobt. Es ist auch wirklich ein tolles Smartphone. Es ist auch ein Smartphone mit der besten Kamera. Aber ich finde, nicht nur das zählt, sondern für mich zählt einfach so das Allgemeine, sprich das Gesamtpaket an sich. Ein Smartphone muss sich natürlich auch irgendwie zu mir passen. Ja, ich bin so einer. Ich sage, es ist ein schönes Smartphone. Es hat wirklich kaum Schwächen. Und ich habe ja auch hier andere Smartphones. Auch hier das Xiaomi 14 Pro, aber auch diverse andere. Aber ich finde, ein Gerät muss auch irgendwo irgendwie zu mir passen. Es ist ja nicht nur ein Smartphone. Es ist ja schon mittlerweile ein Lifestyle-Produkt, die man einfach mit sich trägt. Und es ist schön. Ich komme damit zurecht. Es macht Spaß. Eine geile Kamera. Immer wieder sage ich es natürlich. Aber allgemein muss es halt irgendwie auch einem passen. Und deswegen werde ich da nicht ganz so warm. Aber wie gesagt, ist nur meine Meinung. Und ja, meine Punkte, auf die ich so achte quasi. Aber das soll euch auf jeden Fall nicht davon abhalten. Es ist wirklich ein schönes Smartphone. So, damit soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und sorry für dieses Random-Video, einfach loszureden. Aber ja, so bin ich halt eben. Also, ich wünsche euch was. Ciao. Ciao. Das war's.